Wir kommen zum Demonstrationsversuch des Kapitels 12.2 mit dem Thema Eigenspannungszustände. Ich möchte am vorliegenden Fachwerk aufzeigen, was unter einem Eigenspannungszustand zu verstehen ist. Das Fachwerk ist in der vorliegenden Konfiguration sowohl äusserlich als auch innerlich statisch bestimmt. Das heisst, ich kann diesem Fachwerk momentan keinen Eigenspannungszustand einprägen. Dies lässt sich einfach zeigen, indem beispielsweise die dritte Diagonale etwas verlängert angeliefert kommt. Das heisst, es wird nur die Geometrie verändert, aber es herrschen keine Kräfte vor oder ich kann eben, wie gesagt, keinen Zwängungszustand diesem Fachwerk einprägen. Das Fachwerk weist in der zweiten Fachwerkzelle einen Diagonalstab mit integriertem Messinstrument auf, wo wir die Zugkraft über einen Messcomputer digital auslesen können. Sie sehen die Messgrösse hier nun aufgetragen, welche praktisch null beträgt. Ich möchte dieses Messinstrument nun mal testen und bringe eine Gewichtskraft von 30 Newton hier unten beim mittleren Knoten auf. Wir ermitteln eine experimentelle Grösse von 20,7 Newton. Ich entlaste das Fachwerk nun wieder und möchte nun aufzeigen, was eben ein Eigenspannungszustand ist. Wenn ich eine zusätzliche Diagonale hier bei der zweiten Fachwerkzelle einbaue, wird diese Fachwerkzelle statisch unbestimmt. Das Fachwerk im Gesamten ist äusserlich nach wie vor statisch bestimmt. Ist nun diese zweite Diagonale passgenau gefertigt, Sie sehen das in der Detailaufnahme, kann ich diese Diagonale ohne Probleme montieren und es herrscht kein Eigenspannungszustand vor. Sie sehen das an der Anzeige von der Messgrösse. Nun, der Regelfall in der Baupraxis ist so, dass Sie der Produktion von Fertigteilen einen Toleranzbereich zubilligen müssen. Das heisst beispielsweise, dass diese Diagonale verkürzt angeliefert kommt. Ich simuliere das hier so. Und wenn Sie diese nun montieren möchten, müssen Sie eben das ganze System zwängen. Sie sehen das in der Detailaufnahme einerseits und andererseits in der Messgrösse, die nun aufzeigt, dass die Zugkraft anwächst. Wir haben momentan eine Zugkraft in der ersten Diagonale hier von 26,7 Newton. Solche Eigenspannungszustände sind praktisch nicht quantifizierbar und dementsprechend ist es schwierig, vernünftige Grössen in Rechnung zu stellen. Ist das Tragwerk in duktiler Bauweise mit den entsprechenden Bedingungen gemäss den Traglastverfahren geplant, haben jedoch solche Eigenspannungszustände keinen Einfluss auf das Erreichen der Traglast gemäss der Plastitätstheorie. Hierbei soll auf den Demonstrationsversuch des Kapitels 12.3 verwiesen werden, mit dem Thema elastisch-plastische Tragwerke unter monotoner Ansteigerung. Anstattung des Kapitels 12.3